Musik 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 Ja, warte, sagst du? Ja, er hat eben den Kopf gehoben. Nun, ihr habt geruht. Geruht? Wie fände ich rot? Sie stimmt. Werdet ihr immer bei meinen Klagen taub sein? Er ist. Was verlangt ihr denn von mir? Ich vollziehe die Befehle. Das ist mein Amt, meine Pflicht. Wer ist der Gouverneur dieses Gefängnisses? Don Pizarro? Pizarro, dessen Verbrechen ich zu entdecken wagte. Wenn ihr mir dienen wollt, so schickt nach Sevilla. Fragt nach Leonora Florestan. Gebt ihr Nachricht, dass ich hier in Ketten liege? Es ist unmöglich, sag ich euch. Ich würde mich ins Verderben stürzen, ohne euch genützt zu haben. Lasst mich nicht langsam verschmachten. Ich werde ihm das ertragen. Was? Alles, was ich euch anbieten kann, ist ein Röstchen Wein. Fidelio. Wer ist das? Mein Schließer. Und in wenigen Tagen mein Eindamm. Du bist ja ganz in Bewegung. Wer sollte es nicht sein? Ich werde mich bei dir elfen. Ich werde es nicht sein. Ich werde es nicht sein. Ich werde es nicht sein.